ja hallo liebe strand geht vielen dank für die nominierung wir sind total begeistert dass wir heute bei diesem wunderschönen wetter an einem freitag bei dem anbaden für helden mit dabei sein dürfen mit dabei sind einmal heiko müller dann hendrik jurat und eben holger werner wir sind mit dabei und jetzt wollen wir erstmal ins wasser also wir nominieren hier mit das heimwerkerzentrum auf team standort wir wollen uns jetzt schon f und f lasertechnik stadtwerke neustadt ja ihr habt es gehört wer nominiert ist eine woche zeit ein video zu drehen entweder in der ostsee direkt baden oder ihr seid so kreativ wie wir hier und wenn das nicht innerhalb einer woche passiert dann dürft ihr natürlich gerne für einen wohltätigen zweck spenden an die jugendfeuerwehr neustadt oder die dla g natürlich auch so gerne spenden wir freuen uns auf eure videos euer team neustadt ja 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 ja